Audio Jungle Wir befinden uns bei der Firma Syko, Gesellschaft für Leistungselektronik. Syko ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Wir entwickeln, modifizieren und produzieren Leistungselektronik für die Anwendungsbereiche in mobilen Märkten, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Produkte sind zum Beispiel Batterieladegeräte, Frequenzumrichter, Drehrichter, Wechselrichter und High-Cap-Charger und DC-DC-Wandler mit sehr hoher Funktionserfüllung. Zum Beispiel Schockvibration, EMV und Temperatur sind Maßstäbe der Märkte. Die Firma Syko hat zwei eigenständige Fertigungslinien. Wir können Prototypen und Serienfertigung, das heißt unsere Fertigungslose, gehen von einem bis zu 10.000 Stück. Im Mittelpunkt steht natürlich der Bestückautomat. Wir haben uns schon seit den 80er Jahren für den Partner Europlacer entschieden. Wir haben mit der neuesten Maschinengeneration INEO Plus eine Investition getätigt, die auch unsere Produktion weiter modernisiert. Wir können auf bestehendes Equipment weiter zurückgreifen. Das ist ein enormer Vorteil, um den Invest so gering wie möglich zu halten. Aber eine Produktionsflexibilität zu erreichen über die extrem verschiedenen Leiterplatten, die wir bestücken, mit einem extrem hohen Bauteilmix in aber sehr geringer Zeit für Rüsten und für Produktionsstart immer wieder fertigen zu können. Wenn man Maschinen verschiedener Generationen in der Verwendung hat, ist es ein Vorteil, den die Firma Europlacer bietet, dass man bestehende Maschinen auf den aktuellen Softwarestand updaten kann, aber auch bestehendes Equipment weiterverwenden kann und somit die Produktion im Gesamten und nicht nur durch die neue Maschine modernisiert. Für die Firma Syko hat sich herausgestellt, dass die Maschinen sehr langlebig sind, dass aber im Falle des Bedarfes wir einen sehr guten Support erfahren durften und damit Maschinen-Down-Zeiten extrem gering waren. Die Integration der INEO Plus konnte in kürzester Zeit verwirklicht werden, da das Know-how der Mitarbeiter auch für die neue Maschine genutzt werden konnte. Die Oberfläche ist einfach und selbsterklärend. Europlacer stellt Landessprache zur Verfügung, was am Standort in Deutschland ein Vorteil ist. Nicht zuletzt haben Syko Funktionalitäten überzeugt. Die Firma Europlacer hat einen Freeform-Feeder, hat ein Board-Train-Management und diese Funktionen ermöglichen uns, auch zukünftig leistungsstark zu produzieren. Das war es im Moment. Die Firma Europlacer hat einen Convenum. Vielen Dank.